Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo der 13 Megapixel Hauptkamera des ZTE Blade A452. Dieses Video soll euch nur einen kleinen Eindruck der Videoqualität des Gerätes geben. Alle weiteren Infos und den vollständigen Testbericht des Gerätes findet ihr dann wie immer auf technophil.de. Das Gerät nimmt übrigens maximal mit HD, also 1280x720 Pixeln auf. Aber wir werden trotzdem sehen, wie gut die Qualität der Videos ist. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.